Auch wenn das Entkalken manchmal etwas lästig scheint, das Kalzium im Wasser ist lebenswichtig für uns und sollte nicht durch Ionentauscher vorher entfernt werden. Nicht umsonst haben ja manche Wasserionisierer sogar noch einen Zuführungsschacht für Kalzium, falls das Wasser zu weich ist. In unserem Skelett haben wir rund ein Kilogramm Kalziumreserve, die ständig erneuert werden muss. Und weil Kalzium hervorragend wasserlöslich ist, ist Wasser auch das beste Medium zur Kalziumaufnahme. Milchprodukte haben auch viel Kalzium, aber das kommt aus der Kuh, die wiederum ihrerseits viel Wasser braucht. Und Wasser muss man nicht erst verdauen, um an das Kalzium zu kommen, denn Käse aus der Milch schon. Das Trinkwasser in den großen deutschen Städten hat viel Kalzium. Gut so. Lassen Sie sich von niemandem eintreten, dass Kalzium aus Wasser schlechter ist als das aus fester Nahrung. Weil Kalzium im Wasser als sofort verfügbares Ion vorliegt. Kalzium ist übrigens von seiner Natur her immer anorganisch. Auch wenn es aus der Kuh stammt, wird es niemals organisch. Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen. Trinken Sie nie Umkehrosmosewasser oder destilliertes, entionisiertes Wasser über längere Zeit. Das ist nur gut für Autobatterien und Dampfbügeleisen. Aber, das wissen Sie ja schon, denn Sie haben ja einen Wasserionisierer und machen es richtig. Da bekommen Sie zum Kalzium-Ion noch den energiereichen Wasserstoff und die basischen Wasserionen mitgeliefert. Apropos Basen. Nach dem Entkalken sollten Sie natürlich wieder mal das Wasser aus Ihrem Ionisierer mit den Indikatortropfen testen. Auf der höchsten basischen Stufe produziert, sollte sich das Wasser dunkelblau bis lila verfärben. Wenn es tiefviolett wird, trinken Sie das Wasser lieber eine oder zwei Stufen darunter künftig. Wenn es grün bleibt, wie normalerweise das Leitungswasser, dann verringern Sie erstmal den Wasserdurchfluss und schauen, was dann passiert. Wenn es dann immer noch keine Veränderung ins Blaue oder Violette ergibt, dann fragen Sie bitte Ihren Händler oder rufen mich direkt an, dann stimmt das nicht. Aber dann werden Sie geholfen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.